Wir sind die Autofreunde Friedrichshai Kreuzberg und wir sind heute hier, um endlich, endlich mal für mehr Platz für Autofahrer zu demonstrieren. Die SUVs werden immer größer, die Parkplätze müssen dann auch immer größer werden und wir müssen den Parks auch zubetonieren, damit sie für den Wortsinn benutzt werden können, nämlich Laufparken. Weg mit den Bäumen, weg mit den Büschen, mehr Parkplätze und gar nie Parkplätze. Dann hätten wir auch nicht diese scheiß Rollen gemacht, wenn ich jetzt raus meinen Kaffee trinke, dann lieb ich es für Abgase. Führerschein ab zwölf! Führerschein ab zwölf! Generell schwierig, weil ab zehn fände ich es besser, glaube ich. Fußgänger raus! Autos rein! Mehr Verkehr ist nicht verkehrt! Mehr, mehr, mehr! Autoverkehr! Der Straße-Stadtteil wird davon leben, denke ich, ja. Leben ohne Verkehrsrunde Zonen! Leben ohne Verkehrsrunde Zonen! Es fehlt einfach an Parkraum. Es besitzen in St. Kreuzberg nur etwa 20 Prozent der Menschen ein Auto. Das muss sich ändern! Also, der Görlitzer Bahnhof würde sich natürlich ideal als Autobahnzubringer eignen. Das ist ein bisschen, was ich mit dem. Genau so was braucht der Kitzel. Bei den jetzigen Umständen finde ich das in Ordnung. Äh, blöd! Görlitzer Bahnhof finde ich super! Das ist doch voll unsinnig aber es gibt doch richtige Sachen! Leben ohne Fußgängerzone! Leben ohne Fußgängerzone! Nnnnnnnnnnnnn...